Welcome Honey zum Untamed Podcast. Ich bin Sabine Spallek, der Host dieser Show und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Und wir rollen heute hier den roten Teppich aus für ein Bullshit-Bingo-Topic. Eins der Themen, wovon ich von euch weiß, von meinen Zuhörern, Followern, dass das einer der Gründe ist, eins der Bullshit-Bingos, die ihr euch erzählt, warum ihr mit eurem Business nicht startet. Warum ihr nicht in die Sichtbarkeit kommt, warum ihr nicht rausgeht mit eurem wundervollen Geschenk, mit eurem Service, mit eurer Dienstleistung, mit eurem Produkt, dass ihr da draußen in der digitalen Welt sichtbar werdet. Und das ist genau die Angst, die Angst wahrhaftig gesehen zu werden, die Angst sich zu zeigen, dass das so ein großes Angstthema ist und das sich zurückhält. Und deshalb widme ich dich diesem sehr, sehr wichtigen Thema heute in der ganzen Podcast-Episode und möchte ein paar Gedanken mit dir teilen, um nach dieser Podcast-Episode im besten Fall, dass du genau so einen fuck-it-Moment hast und sagst, genau scheiß drauf. Scheiß auf diese Angst, ich scheiß drauf, ich setze es um und ich werde da draußen mehr authentisch sichtbar. Das ist so mein größtes Geschenk, dich mit dieser Podcast-Episode genau zu dieser Handlung zu bewegen. Und als erstes solltest du vielleicht gerade zuhören und denkst, dich selber persönlich betrifft das gar nicht, weil du dir gerade sagst, Sabine, ich bin schon sichtbar, ich habe schon eine Website oder ich habe schon einen Instagram-Account. Das ist erstmal cool, cool, dass du da schon die ersten Schritte in die Sichtbarkeit gemacht hast. Dass ich erfahre aber oder bekomme selber von vielen meiner Kunden immer wieder mit, dass sie manchmal denken, okay, ich habe da jetzt eine Website, super toll fürs Ego, sieht richtig, richtig toll aus, vielleicht hast du sogar richtig Geld investiert oder ganz viel Zeit und sieht richtig toll aus. Und dann legen sie die Hände in den Schoß und wundern sich, warum denn keiner kommt, wo denn die Kunden bleiben, warum keiner kauft. Oder genauso beim Instagram-Account. Das ist schön, dass du den schon mal hast, dass du dich vielleicht dann auch in dem Fall oder im besten Fall hast du dich damit auseinandergesetzt, an wen möchtest du dich richten? Also was ist, wer ist dein Soul-Client? Mit wem möchtest du am liebsten zusammenarbeiten? Und welchen Service, in welcher Problemlösung hilfst du oder unterstützt du? Dass all diese Sachen auf deiner Website oder auf deinem Instagram-Account oder beides schon ganz klar ersichtlich sind. Dann schon mal Applaus an dieser Stelle. Das ist schon mal cool. Aber damit ist die Sichtbarkeit nicht fertig, nur weil diese beiden Sachen existieren. Denn um wirklich sichtbar zu sein da draußen, geht es hier darum, konstant und regelmäßig mit deiner Community in Touch zu sein, dich mit ihnen auszutauschen, ihnen zuzuhören und sie mitzunehmen in deine Welt, in deinen Service, in deine Dienstleistung. Und dich da noch zusätzlich authentisch und wahrhaftig zu zeigen, welche Art von Content du auch immer kreierst. Also ob du dich für nur Social Media entschieden hast, Instagram, LinkedIn oder ähnliches. Oder klassisch das Content-Marketing bespielst mit einem Blog, Podcast, etc. Das ist erst mal ganz, ganz wichtig. Also auch solltest du zu den Leuten gehören, die eins davon schon haben und sich gerade ertappt fühlen. Dann bleib bitte auch du an dieser Stelle, wenn du sozusagen schon etwas fortgeschrittener bist und nicht kompletter Beginner, was dein Business angeht. Dann ist auch für dich diese Episode ganz, ganz wertvoll. Als erstes, was ich dir mitgeben möchte, was das Thema Angst angeht, uns wahrhaftig da draußen zu zeigen und sichtbar zu werden mit deinem Business, ist ja, was sich dahinter verbirgt, die Angst vor Ablehnung. Die Angst vor Menschen, die das, was du da draußen machst, das, was du da zeigst, dass sie es nicht mögen. Und my love, ich möchte dir sagen, Hater gonna hate. Die werden immer da sein. Immer. Egal, egal, was immer du machst, egal, wie verrückt du bist, egal, wie leise du bist, egal, wie bunt du bist, egal, wie strukturiert oder chaotisch, völlig egal. Egal, was immer du da draußen machst, sie werden immer, sobald du mit irgendetwas rausgehst, werden immer es Menschen geben, die das nicht toll finden, was du machst. Das ist unausweichlich. Und wir sind erstmal schließlich ja nicht hier auf dieser Welt, dass uns alle liebhaben, ganz wichtig. Und wir haben auch nicht vor, diese Menschen zu überzeugen, also tiptoe-mäßig, um jeden hier einen Eiertanz zu veranstalten, damit uns jeder mag. Sondern anecken ist völlig in Ordnung. Ich würde sogar sagen, es ist mir erwünscht. Ich würde mir auch viel mehr wünschen, dass viel mehr Personal Brands da draußen anecken und Dinge anders machen und sich noch mehr erlauben, um noch authentischer und wahrhaftiger da draußen zu sein. Also, was ich dir damit mitgeben möchte, ist, Hater gonna hate, umso wichtiger ist, dass du, das, womit du da rausgehst, dass es für dich persönlich den höchsten und bedeutsamsten Impact für dich hat. Also nochmal, ich wiederhole es nochmal, um es mir richtig tief sacken zu lassen. Egal, was du da machst, sorge dafür, dass es für dich persönlich den höchsten und bedeutsamsten Impact für dich hat. Also, dass klar ist, dass die Arbeit, die du machst, dass sie dich mit der größten und allerhöchsten Freude erfüllt. Und dass dir diese Arbeit, die du machst, dass sie genau den Lifestyle für dich kreiert, den du dir am sehnlichsten wünschst. Also, den höchsten und bedeutsamsten Impact für dich hat, die Arbeit, die du da machst. Dass es ein wundervoller Motor und Antrieb sein kann, um, ja, eventuelle Momente, wenn Hater da mal, wenn Nachrichten in deinem Postfach flattern oder du Kommentare bekommst, sollte es mir der Fall sein, dass du dir diesen Reminder hast, wofür du das machst, für all diesen höchsten und bedeutsamsten Impact, für all das, dass du das, ja, mehr in Kauf nehmen kannst. Und sollte genau das einmal eintreten in deinem Leben, dass du einen Kommentar bekommst, eine Nachricht bekommst von einem Menschen, der dich bewertet und kritisch verurteilt für das, was du da draußen machst. Vielleicht sich sogar im Ton vergreift, beleidigen wird, whatever. Die wundervolle Brene Brown, die hat sich, gibt es ein ganz großer Antetectalks zu und hat diverse Bücher geschrieben zum Thema Verletzlichkeit. Und Brene Brown sagt es so schön, nicht auf diese Menschen zu hören, die nicht in der Arena kämpfen. Und du bist in diesem Fall, was der Ausdruck damit ist, die Menschen, die sich verletzlich zeigen, die sich wahrhaftig verletzlich zeigen. Und das tust du mit einem Personal Branding. Wenn du dich authentisch da draußen zeigst und mit deiner Message da nach draußen gehst, dann gehörst du zu den Menschen, die in die Arena steigen, die Dinge machen, reinspringen in das Unbekannte, ohne zu wissen, was das Outcome ist, die sich verletzlich zeigen. Und die Menschen, die dich bewerten, verurteilen, mit Großteil sitzen diese Menschen auf den billigen Plätzen. Das heißt, die waren noch nie in der Arena. Die waren noch nie da unten und haben sich Schramm weggeholt. Die haben sich nicht verletzlich gezeigt. Die haben nicht ihr, ja, die sind nicht selbstständig. Die zeigen ihr Personal Branding nicht. Die zeigen sich nicht auf die Art und Weise, wie du es dort gerade tust. Das heißt, diese Menschen sind auf den billigen Plätzen, sitzen dort und verurteilen dich. Diese Menschen haben nicht das Recht, dich zu verurteilen. Das heißt, gib diesen Menschen nicht die Power. Hör ihnen nicht zu. Gib ihnen gar nicht erst diese Aufmerksamkeit, Kraft und Energy. Weil sie sitzen da oben auf den billigen Plätzen. Sie sind nicht da unten in der Arena, wo du gerade bist. Ein weiteres Thema, was mit der Angst vor Sichtbarkeit häufig einherkommt, ist der Perfektionismus. Ein wundervolles Thema. Denn auch hier kommt wieder, ich habe vorhin schon mal für das Wort Verletzlichkeit zum Thema gemacht, ist genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche, was sich hinter sich nicht zeigen wollen, beziehungsweise dem Perfektionismus verbirgt, dass man nicht sichtbar wird, weil du dir gerade erzählst, du gerade zum tausendsten Mal deinen ersten Instagram-Post hin und her umdrehst oder die Pixel hin und her schiebst in deiner Canva-Grafik, weil du der Meinung bist, das Blümchen ist immer noch nicht an der richtigen Stelle. Oder was auch immer du dir bei deiner Creation oder die Instagram-Bio, was auch immer, oder Jingle passt noch nicht perfekt für deinen Podcast. Du dich gerade, der Perfektionismus, du versteckst dich hinter deinem Perfektionismus und sagst, deshalb bist du noch nicht sichtbar, weil das ja alles noch nicht perfekt und genau und richtig und etc. ist. Und bei Perfektionismus fühlt sich so viel besser an, das zu sagen, richtig? Ich bin ja, ich muss es genau, ich habe ja so einen hohen Standard. Mir ist das ja so wichtig, dass das ja alles mega fancy und fein ist und alles genau perfekt ist. Das fühlt sich ja viel leichter an zu sagen, als zu sagen, ich habe Schiss. Ich habe Schiss, damit rauszugehen und es nicht unperfekt sichtbar zu werden damit und weiß, dass es gerade auch nicht alles ausgefeilt. Das fühlt sich nämlich viel, viel verletzlicher und unsicherer an. Und das ist auch dann der riesen Mindfuck, was Sichtbarkeit angeht. Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, auch hier, fuck it, fuck it, fuck it, jump. Diesen perfekten, diesen Moment, wo du denkst, so jetzt ist alles, ist alles richtig. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird dieser Moment nicht kommen. Das heißt, weil es so menschlich ist, dass wir immer die Gefühl, also diese Angst, ist, dass wir nicht genug sind, dass wir anecken. Das ist der konstante Begleiter, kann ich dir sagen, für deine konstante Selbstständigkeit. In unterschiedlichen Layers. Also das wird immer mal wieder, wenn das für dich ein Thema ist, dann wird sich das zu unterschiedlichen Themen immer wieder auch zeigen. Nicht nur einmal. It's a never ending story, kann ich dir an dieser Stelle sagen. Und das ist ein wunderschönes Lernfeld und Wachstumsfeld. Deine Selbstständigkeit. Und besonders im Personal Branding. Das ist, finde ich, so der Endgegner. Das ist der Endgegner, was Persönlichkeitsentwicklung für mich angeht. Die ganzen Learnings und die darin verborgen liegen, wenn du deine Selbstständigkeit startest und dein eigenes Business machst. Was den Perfektionismus angeht, abzulegen und zu sagen, okay, it's not perfect. Das ist gerade so die Version, die ich bin. Das ist das Beste, was ich gerade kreiert habe. Aber es heißt nicht, dass du keine hohen Ziele haben kannst und daran streben sollst. Immer wundervoll. Aber da genau abzuwägen, ist wirklich eine ganz, meistens eine sehr, sehr feine Linie. Und meistens ist es Angst, abgelehnt zu werden. Angst, dass das jemand gerade noch nicht toll findet und wir uns hinter Perfektionismus verstecken. Also an dieser Stelle solltest du dich da ertappt fühlen. Was immer du da vielleicht gerade in der Pipeline hast, an denen du schon tausendfach hin und her feilst und dir gerade erzählst, es ist immer noch nicht gut genug. Es ist es, my love. It's ready. You are enough. Der Post darf raus. Dein erstes Reel darf raus. Oder dein erster Instagram-Post. Oder dein Podcast-Episode darf endlich das Licht der Welt erblicken. Was immer du dir erzählst, was hier noch nicht perfekt ist. It is. Es ist nur deine Angst, die dich gerade davon zurückhält. Dass du gerade vielleicht nicht genug bist und abgelehnt wirst. Ein weiteres großes Angstthema, wenn es um die Sichtbarkeit ist, das weiß ich von euch, ist, es gibt schon alles. Was soll ich denn erzählen? Was ist an mir denn so besonders? Und da versteckt sich diese Angst dahinter, nicht besonders oder einzigartig zu sein. Und erst mal, wenn es etwas, ein Thema gibt, worüber schon Menschen auch in der Online-Welt davon erzählen, also dass ein Thema ist, das erst mal grundsätzlich bedeutet, cool, da gibt es also schon einen Markt. Das erst mal als allererstes. Das erst mal nicht schlecht ist. Sondern da gibt es schon Menschen, da gibt es schon ein Feld, ein Bereich, wo Menschen schon, ja, wozu du etwas beitragen kannst. Also Angebot und Nachfrage. Das ist erst mal, das ist nichts Schlechtes, sondern das ist erst mal etwas Gutes. Also davon mal loszulassen, dass du mit deiner Selbstständigkeit, mit deinem Personal Branding immer gleich das Rad neu erfinden musst. Nein, musst du nicht, Hanni. Es ist sogar von Vorteil, wenn du siehst, okay, da ist sogar schon Bedarf, das Interesse an diesem Thema, an dieser Problematik. Und ich habe dafür die Lösung. Das andere Ding ist ja meistens eher gar nicht, dass du denkst, du musst es neu erfinden, sondern dass du ein Problem hast für, oder sagen wir mal so, du erkennst noch nicht an, du bist dir noch nicht bewusst, dass wie du die Dinge siehst, wie du dieses Thema siehst, wie du darüber sprichst, welche Worte dazu wählst, in welcher Art und Weise du deine Message vermittelst, dass das einzigartig ist. Dass deine Stimme, so wie du es ausdrückst, und nimm mal ganz weg von deiner Stimme, meine ich jetzt nicht nur deine echte Stimme, wie jetzt ich gerade im Podcast, sondern dein Style, dein Copywriting, also die Art, wie du Texte schreibst, oder deine Energy, wie redest du vor der Kamera, was schreibst du für Texte, welche Worte wählst du, dein ganzer Vibe, wie du wahrhaftig bist. Dass das anzuerkennen, dass es einzigartig ist. Also dir wirklich in jeder Phase deines Herzens bewusst zu sein, lass uns mal ganz tief sacken, dass du ein Geschenk für diese Welt bist. Und dir zu verdeutlichen, was wäre, wenn deine Arbeit, dein Personal Branding, das Leben von einem Menschen verändern würde, positiv verändern würde, wenn du dich traust, wahrhaftig rauszugehen. Wenn zum Beispiel eine Podcast-Episode, oder ein Instagram-Live, oder ein Offline-Workshop, den du gibst, oder online, was immer du kreierst, wie klein oder groß das auch sein magst, da mal reinzufühlen, dass du nachhaltig ein Leben eines Menschen transformieren kannst, dir das erlaubst, dass das möglich sein darfst. Und dich daran erinnerst, wenn du etwas kreierst, dass no one is like you, du bist einzigartig, du bist ein einzigartig kosmisches Event, was nur einmal in dieser, so wie du, mit deiner Zelle, mit deiner Seele, mit allen Partikelchen wie und was du bist, dass das einzigartig ist. Das heißt, so was, auch wenn es so etwas ist, schon was tausendmal gesagt wurde und darüber berichtet wurde, dass es nicht mit deinem Stil, mit deinem Vibe, mit deiner Energy, mit deiner Stimme gesagt wurde. Das auch nochmal an dieser Stelle, ganz, ganz wichtig. Und nochmal weiter als zusätzliches, was das angeht, wenn du das Gefühl hast, du musst das Rad hier nicht nur erfinden. Nein, dir selber mal zu überlegen, vielleicht kennst du das selber von dir mal, es gibt ein, keine Ahnung, vielleicht ein Buch, was du mal schon mal gelesen hast, mehrfach, oder ein Thema, von dem du schon mehrfach gehört hast, whatever, und an einem bestimmten anderen Punkt in deinem Leben trifft dieser Satz, dieses Buch, oder kommt das wieder in dein Leben? Aber es hat einen ganz anderen Effekt auf dich, weil du ein anderer Mensch geworden bist, weil du andere Erfahrungen gemacht hast, weil es auf einen ganz anderen Nährboden fällt, dieser Samen, diese Information, dieses Buch, Instagram Live oder was auch immer. Das heißt, dir auch deutlich zu machen, den Content, den du kreierst, auch wenn der schon tausendmal gesagt wurde, wird der erstmal auch in deiner Form gesagt und auch, dass das auch wertvoll ist, weil, wenn du dir, also das ist eine Art von unterlassener Hilfeleistung, wenn du deine Impulse, deine Ideen, deine Arbeit nicht rausträgst. Weil stell dir vor, deine Nachricht darf diese Nachricht sein, die das Leben eines Menschen verändert, auch wenn, obwohl er sie vielleicht schon tausendmal gehört hat. Wenn du, also, ne, der hört sie genau in diesem Moment, wenn er sie braucht. Daran glaube ich ganz fest. Nicht an Zufälle, genau so, wie das jetzt gerade kein Zufall ist, ist, dass du diese Podcast-Episode hörst. Denn es gibt noch tausend andere Mindset-Business-Podcasts. Es gibt, es ist einen bestimmten Grund, warum du dir gerade diese Podcast-Episode anhörst. Hast du dir das mal überlegt? Because I'm not the only one. Aber dennoch bist du ja gerade hier. Dass diverse, unterschiedliche Entscheidungen in unserem Leben uns hier beide gerade zusammengeführt haben, dass du diese Podcast-Episode an dir anhörst. und genauso dir deutlich zu machen, dass es auch genau das Gleiche ist mit dem, was du zu geben hast. Dass deine Inhalte, deine Worte, deine Gedanken wertvoll sind und dass du nicht darauf warten musst, bis du den Applaus von außen hast und diese Erlaubnis, sondern du gibst dir diese Erlaubnis. Du ganz alleine. Du ganz alleine gibst dir die Erlaubnis, sichtbar zu werden. Du alleine gibst die Erlaubnis, mit deinem Business zu starten, und kein anderer. Das ist nicht die Aufgabe von irgendwem anders, sondern das ist deine ganz eigene Verantwortung, die du an niemanden abgeben kannst. Und das ist gerade der perfekte Übergang von Eigenverantwortung zur, ich würde nicht Kontrolle sagen, aber your business, your rules. Weil das ist dein Verantwortungsbereich auch. Was teilst du? Was willst du rausgeben? Da das nämlich auch ein großes Thema ist, weiß ich zu dem Thema Sichtbarkeit, dass einige von euch so ein riesen Angstthema haben, also dass sich Sichtbarkeit anfühlt für dich wie Kontrollverlust. Und ich habe keine Kontrolle mehr, was passiert dann, wenn das hier viral geht oder dass du nichts mehr kontrollieren könntest, wenn du in der digitalen Welt sichtbar bist. Da möchte ich dir sagen, Baby, your business, your rules. Das heißt, du entscheidest weiterhin alles. Du bist der CEO. Du bist ja gerade kein Pinballing, so Maschinchen, was hier hin und her, an die Wände geknallt wird und du umspielbar bist, ein Sklave bist von Instagram oder von irgendeiner anderen Plattform oder irgendwas, sondern erst mal du entscheidest, wo du spielst. Your Playgrounds. Ich nenne das so diese, also an welchem digitalen Spielplatz willst du spielen? Weil für mich ist Arbeit playful. Meine Arbeit macht mir Spaß, macht mir Freude. Ist ja gerade halb acht abends auf Bali und ich nehme diese Podcast-Episode auf, weil sie mir Freude bereitet, weil meine Arbeit mir Spaß bereitet. Und du entscheidest erst mal genau, wo willst du spielen? Auf welchen Spielplätzen willst du spielen? Du entscheidest, du wählst aus. Hier wieder deinen Verantwortungsbereich beziehungsweise deinen Kontrollbereich. Des Weiteren entscheidest du auch, was du postest, welches Bild du hochlädst, welchen Text du schreibst. Das gibst du ja frei. Du entscheidest. Das liegt alles in deiner Power, in deinen Möglichkeiten. Und das heißt, all deine Your Rules nach deinen Werten. Alles ist in deiner Power. Du gibst hier nichts ab. Es ist kein Kontrollverlust. Und auch da darf sich alles Mögliche verändern und entscheiden. Beispiel. Ich kenne einige meiner Business-Kolleginnen, die mal digital etwas erstellt haben, Videos oder Blogartikel oder Podcasts oder Interviews gegeben haben und nach einigen Jahren sich entschieden haben, dass das nicht mehr da ist. Dass die ein großes Rebranding haben oder sich damit nicht mehr identifizieren konnten, etc. Und diese Dinge wieder offline genommen haben. Das ist genau so eine Möglichkeit. Ich habe mich zum Beispiel bei meinem Rebranding von See You Soon, womit ich gestartet habe in meinem Surfblog bis jetzt zu Be Untamed. Das war ein großes, sehr großes Rebranding also von einem Surfblog, Surfcontent zum Thema Business-Content und Mindset. Ich habe das alles mich entschieden, das alles weiterhin bestehen zu lassen. Das war mein Weg, weil ich das teilen möchte und sage, weil es weiterhin wertvoll und ich finde es für mich sogar hilfreich, wenn man sieht, was hat sie vorher gemacht? Diese Entwicklung sozusagen zu sehen und es ist weiterhin alles existiert. Aber auch hier, ich hätte das ja alles löschen können. Ich hätte all die YouTubes-Videos, all die alten Instagram-Posts sagen können, okay, ich lösche den Account, ich fange von Scratch, von Blanko wieder an. Es ist alles eine Möglichkeit. Es ist alles in deinem Kontrollbereich. Du bist kein Sklave von irgendwelchen Plattformen oder ähnliches. Du hast keinen Kontrollverlust. You are the CEO of your business. Und wenn du jetzt hier gerade ganz Feuer und Flamme bist und vielleicht gerade schon nebenbei deinen Instagram-Post, deinen ersten Finally startest oder deine Podcast-Episode, was immer da gerade deine gerade aktuelle Herausforderung ist bei der Sichtbarkeit, dann tag mich sehr gerne, dann teile ich das auch auf meinem Instagram-Account und dann kann ich sehen, welchen Impact diese Podcast-Episode auf dein Business hatte. Und wenn du gerade mehr Unterstützung dir wünschst und denkst, okay, das war jetzt gerade ein guter Startschuss, aber so viele mehr Fragen hast, wie du ein professionelles, erfolgreiches Online-Business aufstehst, wie du da draußen wirklich wahrhaftig sichtbar wirst, eine Community aufziehst, Menschen, mit denen du gerne zusammenarbeitest, die mit Freude dich für deine Arbeit bezahlen, dann habe ich eine wundervolle Möglichkeit für dich und zwar ist das mein wundervoller Workshop Become Visible, in dem du, der geht über vier Stunden, reich gespickt mit meinen über acht Jahren Informationen und Learnings und Teachings aus meinem Personal Branding, wie du eine Strategie und Mindset und hochwertigen Content in diese Online-Welt packst, also wie du deine Message da draußen sichtbar machst und genau die Soul-Clients anziehst, die du haben willst, dann findest du dazu unten den Link in den Shownotes oder du hast Bock richtig deep nur mit mir zusammenzuarbeiten, dann gibt es auch dazu die Möglichkeit, ich habe noch One-in-One-Plätze für dieses Jahr frei für mein Mentoring, auch dafür findest du unten das Bewerbungsformular, dann freue ich mich, dich kennenzulernen, meine Liebe. Und an dieser Stelle danke ich dir wieder für deine Zeit, dass du mir die geschenkt hast und sende dir ganz, ganz, ganz viel Love aus Bali und wir hören uns nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Episode. Bewerbungsformular Folk pek ских